Was ist eigentlich eine Nebenbestimmung zum Verwaltungsakt? Eine Nebenbestimmung ist eine zusätzliche Regelung, durch die die Hauptregelung des Verwaltungsakts ergänzt oder beschränkt wird. Meist handelt es sich beim Hauptverwaltungsakt um eine gewerberechtliche oder baurechtliche Genehmigung. Zweck einer Nebenbestimmung ist meist, Hindernisse, die einer uneingeschränkten Genehmigung noch entgegenstehen, zu beseitigen. Insofern ist die Beifügung einer Nebenbestimmung ein milderes Mittel zur Versagung der Genehmigung, denn die Behörde sagt damit zu, zu sagen Ja, aber anstelle eines strikten Nein. Wo sind Nebenbestimmungen geregelt? Zum einen gibt es viele spezialgesetzliche Regelungen. Ist eine solche allerdings nicht einschlägig, greift der § 36 VWVFG. Dessen Absatz 1 ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen ein VA, auf denen Anspruch besteht, mit einer Nebenbestimmung versehen werden darf. In Absatz 2 sind gleich zweierlei Dinge geregelt. Erstens, unter welchen Voraussetzungen ein Ermessensverwaltungsakt mit einer Nebenbestimmung versehen werden darf. Und zweitens, welche Arten von Nebenbestimmungen es gibt. Wobei die Aufzählung der Nebenbestimmungen hier nicht abschließend ist. In Absatz 3 findet sich eine inhaltliche Grenze für jede Art von Nebenbestimmung. Sie darf dem Zweck des Verwaltungsakts nicht zuwiderlaufen. Unter welchen Voraussetzungen kann eine Nebenbestimmung nun erlassen werden? Wie eben gesehen, regelt § 36 Absatz 1, wann einem gebundenen VA eine Nebenbestimmung beigefügt werden kann. Dies ist zum einen der Fall, wenn dies ausdrücklich durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. Und zum anderen, wenn die Nebenbestimmung sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des VA überhaupt erfüllt werden. In Absatz 2 ist geregelt, dass ein Ermessensverwaltungsakt immer nach pflichtgemäßem Ermessen mit einer Nebenbestimmung versehen werden kann. Einer dieser drei Fälle muss vorliegen, damit eine Nebenbestimmung überhaupt erlassen werden kann. Schließlich gilt noch allgemein, dass die Nebenbestimmung dem Zweck des VA nicht zuwiderlaufen darf und dass ein sachlicher Zusammenhang mit dem VA bestehen muss. Dies ergibt sich aus dem allgemeinen Rechtsgrundsatz des Koppelungsverbots. Gehen wir jetzt auf die einzelnen Arten von Nebenbestimmungen ein. Diese sind, wie gesagt, nicht abschließend in § 36 Absatz 2 geregelt. Demgemeins gibt es die Befristung, die Bedingung, den Vorbehalt des Widerrufs, die Auflage und den Auflagenvorbehalt. Was versteht man unter der Befristung? Eine Befristung ist eine Bestimmung, nach der eine Vergünstigung oder Belastung zu einem bestimmten oder bestimmbaren Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen bestimmten Zeitraum gilt. Was versteht man unter der Bedingung? Ist das Ob oder das Wann des Eintritts des zukünftigen Ereignisses, mit dem die Vergünstigung oder Belastung eintreten oder wegfallen soll, ungewiss, so handelt es sich um eine Bedingung. Soll die Vergünstigung oder Belastung mit Eintritt des Ereignisses eintreten, so handelt es sich um eine aufschiebende Bedingung. Soll sie dagegen mit Eintritt des Ereignisses wegfallen, so handelt es sich um eine auflösende Bedingung. Wie unterscheiden sich Bedingung und Befristung? Bei der Befristung ändert sich die Rechtslage zu einem bestimmten oder bestimmbaren Zeitpunkt. Bei der Bedingung hingegen ändert sich die Rechtslage mit Eintreten eines hinsichtlich Ob und Wann ungewissen Ereignisses. Was versteht man unter dem Widerrufsvorbehalt? Beim Widerrufsvorbehalt handelt es sich um eine besondere Form der auflösenden Bedingung. Zukünftiges Ereignis in diesem Sinn ist die Erklärung des Widerrufs durch die Behörde. Ein Widerrufsvorbehalt bewirkt, dass gemäß § 49 Absatz 6 Satz 1 VW VfG kein schutzwürdiges Vertrauen beim Adressaten entsteht. Was versteht man unter einer Auflage? Mit einer Auflage schreibt die Behörde dem durch den betreffenden VA Begünstigten ein bestimmtes Verhalten vor. Es handelt sich bei einer Auflage um eine eigene, selbstständig vollstreckbare Sachregelung. Sie ist daher als eigenständiger Verwaltungsakt zu qualifizieren. Will die Behörde sich die Möglichkeit vorbehalten, später noch reagieren zu können, so versieht sie den VA mit einem Auflagenvorbehalt. Die Abbrenzung zwischen aufschiebender Bedingung und Auflage ist oft problematisch. Bei der aufschiebenden Bedingung wird der VA erst mit Eintritt der Bedingung wirksam. Bei der Auflage wird der VA dagegen sofort und unabhängig davon, ob die Auflage erfüllt wird, wirksam. Karl Friedrich von Savigny hat das einmal in etwa so ausgedrückt. Die Bedingung suspendiert, zwingt aber nicht. Die Auflage zwingt, suspendiert aber nicht. Eine weitere problematische Abgrenzung ist die zwischen Neben- und Inhaltsbestimmungen. Eine Nebenbestimmung trifft eine zusätzliche Regelung zu einem inhaltlich bestimmten Verwaltungsakt. Eine Inhaltsbestimmung legt dagegen den Gegenstand und die Grenzen des Verwaltungsakts erst fest. Besonders schwierig ist diese Abgrenzung im Fall der modifizierenden Auflage. Eine modifizierende Auflage ist entgegen ihrer Bezeichnung als Auflage keine Nebenbestimmung. Es handelt sich vielmehr um eine Inhaltsbestimmung des Verwaltungsakt, nach der der Bürger nicht das, was er beantragt hat, erhält, sondern ein Aliot. Diese Unterscheidung ist aufgrund der Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die betreffende Regelung wichtig. Verstößt der Adressat gegen eine Inhaltsbestimmung des VA, handelt er außerhalb des von der Genehmigung abgedeckten Bereichs und damit rechtswidrig. Verstößt der Adressat dagegen gegen eine Auflage, so handelt er nicht ohne Genehmigung, da die Auflage ein selbstständiger VA neben dem Hauptverwaltungsakt ist. Ein solcher Verstoß wirkt sich allerdings so aus, dass der Hauptverargemeins § 49 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 zurückgenommen werden kann und die Auflage kann außerdem im Weg der Verwaltungsverstreckung durchgesetzt werden. Zur Wiederholung. Eine Nebenbestimmung zum Verwaltungsakt ist eine zusätzliche Regelung, durch die die Hauptregelung des Verwaltungsakts ergänzt oder beschränkt wird. Mögliche Nebenbestimmungen sind unter anderem die Befristung, die Bedingung, der Widerrufsvorbehalt, die Auflage und der Auflagenvorbehalt.